da 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 dam gucken was gehen hier unten Was hier alles auf den Tächern haben liegt. Vermeid mal. Laser? Ne, Laser war das nicht. Wie komme ich hier runter? Hier? Ja. Hä? Hä? Oh. Potenzieller Kollaps entdeckt. Jeder sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. So eine Dreckswaffe hier. Ja, Schufwaffe ne? Ich glaube nicht. Was ist das? Hm. Oh ja. Oh ja. Ich habe noch einen Rucksack. Ja. Ja. Ich auch. hauptsache du geisterst jetzt hier nicht rum als ob reich lagebericht in sicherheit begeben ob ich dich jetzt hier mal in den positionkreis gebe da geht auch nur scheiße rum vkm in gold gefunden mt mt ich weiß nicht Naja Lulee, Mausel schnell gucken muss in das andere magazin ja 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 Ach, Fick den. Noch nichts Geschaltes gefunden? Nein. Ich finde bloß immer hier die Hintergriffsstütze. Wie heißt denn das Ding? Schaft. Ach so. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Ach so. Das war's für heute. Oh! Rucksäcke und Mast, ja. Ja, hab ich auch gefunden, überall. Klagebericht, Kreiskollaps droht, in Sicherheit begeben. Nichts dick ist dir richtig abartig. Ich hab so viele Sachen gefunden. Jetzt um 15.26 Uhr fangen sie an um zu feiern über mir. Wie fern? Nur um Staubsauger und dann immer volle Granate rüber überm Boden da. Ja, das kann man doch machen. Äh, wie ich einfach keine Griffe finde, ja? Binde hier, Binde da. Ach da, siehste. So, die, die Löffel ist fertig. Abnehmen. Da war Schießplatz, ne? Hm. Ich seh das nämlich, weil die Fände überall zerschossen sind. Ja, wozu Türen? Da war ein Schöpfer. Na? Na? Ich seh das jetzt gesehen. Na? Ganz gerade Bauernhof lang. Na komm, zeig dich. Komm, hallo, was dann zersteckt. Ich hab die Koschka. Ja, hau rein. Aber nur ein 4er Türen drauf. Kein anderes gefunden. Da awwww, komm. Okay, das ist ja schon fertig. 165 km. 205 km. Aus der erste Runde, am 8w, 63, 65, 65, 66, 41, 70, 800, 75, 65, 67, και, 67, 25, 67, 68, 67, Netto, 87, 74, 66, 67, 68, 75, 68, 30, 81, 74, 69, 74, 34, Harz, 78, 6, 66, 77, 79, 67, 75, 74, 85, 69, 75, 59, 67, 70, 84. Damit hättest du nicht gerechnet. Wegen Schießplatz. Ja, ich hab mir gedacht, da wird er doch nicht sein. Doch, da hinten war nichts. Und er doch einmal irgendwer da hinten rum, da. Ja, muss ich ja. Hast du aber nicht gesehen, aus welcher Richtung ich schossen hab, ne? Noch, irgendwo. Von wo ich vorhin war, von hinter mir. Naja, sicherlich vom Schießplatz, ne? Hm, nee. Ups. Was? Hey, ich muss erstmal loben jetzt. Vorräte im Anflug. Nicht, äh. Nicht tun. Oh, ich bin gleich nicht. Ich bin in die Zone. Ich bin in die Zone. Nein, nein. Geh. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Klagebericht, Kreiskollaps droht, in Sicherheit begeben. Vorratslieferung unterwegs. Oh, 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 oh. Äh, ich war gerade in der Drohne. Das habe ich gesehen. Das war gut. Ekel, Alter. Ich saß, ich habe alles abgeengt und du kamst nicht vor ein Gradlosloch mit meinem. Z, 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 alles klar. Ich hatte zwei Drohnen, Alter. Ich denke, hoffentlich sind mich die Drohne jetzt nicht. Du warst gerade an der Vorratslieferung. Nee. Und da habe ich dich vermutet.